Hallo und herzlich Willkommen zu der, muss ich kurz überlegen, fünften, sechsten, siebten Folge The Forest. Ich weiß es gar nicht genau, aber das ist auch egal, denn wir spielen The Forest weiter. Und ich wünsche euch auf jeden Fall extrem viel Spaß dabei. Haut rein. So, so, la, 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 das Spiel es startet. Es startet grad. Was war die? Was geht eigentlich? Alter, wo sind wir? Ah, wir waren bei den Dörfern. Ja, ja, es kommt die ganze Zeit zu Missgeburten, Alter. Ja, selber. Ich mach mir grad schon massiv Rüstung. Du, ich hab noch eine harte Arbeiten, Knochen. Ich finde es massiv korrekt von dir, Mann. Komm hier rein. Und du hast sofort Rüstung paratet für mich. Alter, ich kämpfe hier 20 Minuten gegen 15 Gegner. Alter, ich brauche auch Rüstung, ich bin fast tot. Alter. Warum bin ich eigentlich fast tot, Alter? Ich war auch fast tot, als ich reingekommen bin. Hä? Ich war doch... Und ich hab Hunger, by the way. Extrem, ja. Aber, oh, ich hab mega viel zu essen dabei. Warte, ich hab drauf. Oh, hier ist... Ich hab einen Vogel auf dem Augen. Ich hab einen Vogel auf dem Augen. Das wollte ich... Verschiedene Vogel treffen den Kopf, ist sofort tot. Und dann trinke ich gleich noch aus. So. Wie geil, das heißt, wir suchen die Höhle Eugen oder was? Können wir. Das heißt, wir müssten... Nein, das sind keine Bahnhütten. Hier sind wieder Seile am Start. Oh, geil, ja, dann... Und, äh... Massiv viele Totems. Massiv viele Totems. Wollen wir dann nicht auch eine grüne Flagge hin machen, wegen Sammelzeug? Ja, oder? Ganz schön, ja. Ich baue schnell. Was war das grüne? Nee, gelb. Gelb. Okay, check. Was für viele Totems die aufgestellt haben hier? Total, gell. Unfassbar viele. Ich hatte vor mich gerannt. Hä? Nix. Jetzt hab ich mal gemerkt. Du hast mich nicht verletzt, falls du das meinst. Ich hab dich nicht verletzt. Nee. Da unten sind drei Gegner. Ich hab so ein Ö gehört, aber ich hab volles Leben. Okay, strange. Hast du jetzt auch Skin bekommen? Ähm... Nee. Nee. Oh, ging er. Hä? Oh, fuck. Oh, ich hab's hingeschossen. Fuck, oh, ich hab'n Fall hingeschossen. Oh, ich hab'n Fall hingeschossen. Ist das jetzt richtig... Oh, da unten sind noch einige Gegner. Ist das jetzt Richtung Süden? Ich, äh, denke ja. Ich glaube, sie kommen gerannt. Die, die, die popigen Holzfeier, die sind safe, schlechter. Oh, der hat mich runtergestoßen, der Wichser. Alter. Ich klein auf Fall, geh. Hau auf. Hier. Ich hatte zwei Rüstungen gekostet und mein ganzes Leben. Du darfst jetzt nicht treffen lassen. Wir haben drei Leichen, wir können gleich wieder Rüstung machen. Warum nochmal Gegner? Was ist das? weiter ich sehe mein leben nicht mehr okay das hätte rennt weg so ein kürzer brennen ja komm ich habe mich gerade so viel schüren schüren Alter, diese verkackten Federn! Reif, du hast einen Strumpf an. Was habe ich an? Einen Strumpf. Hä? Oh, leck, wie viele Federn! Hä, wo ist der Vogel? Ich habe einen Strumpf an. Pfeiler, Knochenpfeiler. Ich habe einen Strumpf. Pfeiler, Knochenpfeiler. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, wo wir hier sind, oder? Das kommt mir auf jeden Fall mal bekannt vor. Ich glaube, wir müssen hier zu ziemlich rechts... Nein, nein, das ist ganz falsch. Echt? Ja. Ich dachte gerade aus, oder? 100%... Okay. Ich glaube, hier oben auf dem Fels ist es. Alter, das ist ein perfekter Fels, um hier zu bauen, Mann. Hierher sollten wir das Lager versetzen. Moment, ich komme. Fuck, wie das ist. Ja, Start. Alter, ich habe den Save in den Kopf getroffen. Hä? Wie dein Kopf? Gesehen, es ist nicht gereicht, ein Kopfschuss. Die Felswand ist doch massiv, oder nicht? Ich finde unsere Base echt richtig geil. Ja, ich finde es ja auch, aber ich finde... Da oben ist ein Hütchen. Ja, sag ich doch, wir müssen nicht die Felswand hier auf. Ich versuche gerade nur, gerade irgendwo, wo man hoch kann. Ja. Brauchen wir wieder drei Gegner. Vier Gegner. Dann einfach weg, scheiß auf die. Okay. Oder wir müssen jetzt echt die alle bekämpfen. Hier ist auf jeden Fall ein Weg hoch. Ja, ich bin jetzt halt gut. Schon außen rumgelaufen. Ich habe einen gekillt. Ja, da ist Lager, ich habe es gefunden. Also ich habe auf jeden Fall das ja. Sind bei dir noch Gegner? Nein, der Rest ist gerade weggerannt, wo ich den Anführer gekillt habe. Oh. Das ist von unserem Sohn. Sollten wir die Stellen markieren von den Hinweisen, Eugen, für die Mädels? Ja. Wäre vielleicht nicht dumm, gell? Hinweisflaggen mache ich neutral. Farbe, okay. Was ich nicht dumm, gell? Was ich da? Vielleicht werden wir nicht angegriffen, wenn wir rot sind. Sollen wir das mal testen? Ich glaube, hier sind da eh keine Gegner, oder? Doch, doch, da vorne läuft einer. Da sind zwei. Für den Booster. Aber ich kann noch nicht mehr Alkohol. Versteht man Alkohol, genau? Hast du jetzt gerade einen Alkohol in mir weggenommen? Kann sein, ja. Sehr nett. Sehr nett. Willst du es wieder haben? Nee, nee. Kann dir auch zehn Alkohol droppen, wenn du möchtest. Nee, nee. Ich habe meinst du gerade extra verbraucht, damit ich es aufheben kann. Ja, ich okay. Ich will ja, Sprecher, äh, Trebstoff. Was? Trebstoff. Aber ich kann nicht mehr davon haben. Ich auch nicht. War hier nicht irgendwo noch die Stelle, wo man den Boden aufsprengen kann? Ja. Also ich bin extrem viel Fotzen. Scheiße. Scheiße. Hä? Wie oft soll ich jetzt den noch anschließen sollen? Schnell leuchtet er plötzlich. Das ist das ultimative Fall. Zeig. Ich habe Dynamit. Ich habe mich hier gefunden. Mega viel. Was hast du gefunden? Sorry, ich will Dynamit. Okay. Post Hilfe? Äh. Wer geht? Ups. Steiner machen. Gemachte Axt. Steinbeutel. Speertasche. Kleiner Steinbeutel. Kleiner Steinbeutel. Du hast gesagt, irgendwo ist dynamitisch gemeint. Ah ja, hier. Okay. Ja, aber es gibt mega viel davon. Ich habe mich hier gefunden. 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 und das teil nicht mehr aufnehmen konnte auch nicht mehr verbrauchen so wo war denn jetzt der höhlen eingang ich glaube es war von den ersten hinteren hütten ich mag hier ach der höhlen eingang ich dachte das zum aufspringen warte mal kurz was sagt man das ding von der pistole einsammeln du hast wegen dem sprengding oh alter vier stück ja 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 oh hier ist eine pflanze zum essen ne bei mir nicht oh ok ist dunkelblau die hütte wo man was sprengen konnte hä dunkelblau ist doch gut was oh fuck alter er greift mich von hinten an zwei hits bin fast tot ich habe gehört die auch oh ja ich stelle mich jetzt in teich es ist nicht so gut ich habe mich wasser scheu ich habe mich wasser scheu oh fuck ich habe mich voll erwischt Ich seh zu wenig. Er wollte ihn retten. Alter, du hast mich glaube ich tot geworden. Entschuldigung. Ups. Sollen wir uns kurz nen Lagerfall machen? Ringen wir nach, Mensch? Hm. Ja komm. Scheiß noch da. Sehr schön. So jetzt lass die Stelle suchen. Alter wie viel grad wieder gespawnt sind. Alter verpiss dich, ich hau ab. Alter wie viel. Alter. Alter, Fland. Alter. 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 Ich fiel. Das war eine von den ersten Hütten auf jeden Fall, wo das Loch ist. Ja, die waren so leicht aus, also nicht im Dorf, sondern so ausstehend. Und ich meine, es waren so eine Doppelhütte, weißt du? So eine mit rechts und links streben. Ja, genau. Die Miski-Barris gehen jetzt alle laufen. Warum hat man die rote Hände? Ja. 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 Ach, ne. Alter, wie viele Totems hier sind. Leck mich am Arsch. Zehn Stück oder so. Nein. Alter, die Holzpfeile fliegen ja so beschissen, deswegen. Ja. Fliegen viel beschissener. ich hab gary checkt wer hätte ich da nicht den kopf treffen soll hast du Hunger also meine ganz hohen ist weg naja ich bin auch hab keine Rüstung mehr und kein Leben Alter wo sind diese fickten Hütten man verbrennen sie jetzt in ihrem eigenen Dorf ab 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 ich glaube im kreis um das dorf und sucht diese hütten kurz orientieren wie das essen im kreis Vielen Dank. Eugen? Ja? Wie sieht es bei dir aus? Ich suche gerade. Ich meine, ich bin auf der richtigen Seite, wo es damals war. Ja. Doch, aber es war anders, ja. Ähm, hast du die Feinde hier geschlachtet? Was habe ich? Hast du die Dorfbewohner gekillt? Wen gekillt? Die Dorfbewohner. Ja, ja. Alle? Äh, fast, ja. What the fuck? Okay. Du mein Nuttenkopf. Okay. also ich bin mir ziemlich sicher dass es hier auf dieser seite war wo ich gerade bin verdorben fleisch und sagen so fallen Das entlinge noch mehr leicht, wenn du willst. Äh... Gerne. Würde ich gerne mal hier auch. Hä? Ach, das muss ich sein. Ich hab hier mal Fleisch draufgelegt, Eugen. Mhm. Ich hab hier geschlachtet. Und man kann's essen? Okay. Ich meine aber, dass das echt nicht weit weg war von dem Dorf. Nee, war's auch nicht. Vielleicht ist jetzt woanders, kann das sein? Gibt's so random Spots auf der Map? Äh, früher haben sie nach jedem Patch alles neu verlegt. Ich glaub nicht, dass das immer noch so ist. Was ist das? Schreibt da ganz... So. Suchen wir mal weiter So meine Lieben, die Folge geht schon wieder viel zu lange Ihr kleinen Spatzen Deswegen haben wir jetzt an der Stelle auf Wir suchen verzweifelt nach zwei Hütten Weil wir noch wissen vom letzten Mal Also wir haben das dann durchgespielt oder so Aber da gab es ein Pistolenstück Da konnte man den Boden aufsprengen Wie an einem großen Baum Und diese Hütten suchen wir jetzt Und ja, mal gucken, ob wir es in der nächsten Folge finden Und dann geht es rein in die Höhle Macht's gut